Hallo ihr, ich stelle euch heute die Deutsche Bahn App vor. Mit dieser App könnt ihr verschiedene Zugverbindungen checken und auch gleich Tickets buchen. Nach dem Öffnen der App könnt ihr direkt eure gewünschte Reiseauskunft abrufen. Dazu müsst ihr nur den Abfahrts- und Ankunftsbahnhof angeben. Hier könnt ihr außerdem einstellen, welche Verbindungen euch angezeigt werden sollen, also nur Nahverkehr oder auch ICE-Fahrten. Um direkt Tickets zu buchen, wechselt ihr in dieses Zusatzfenster. Dafür benötigt ihr allerdings ein Benutzerkonto. Im Menü findet ihr weitere verschiedene Funktionen der App, wie beispielsweise das schnelle Finden von Sparpreisen oder das Anzeigen des Verspätungsalarms. Das ist auch eine ziemlich geschickte Sache. Mehr Infos zur Deutschen Bahn App und dem Datenschutz findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.